Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch die Quest Kalex Plan anzunehmen bei Erzmagierin Melis in die Halle des Wächters, auf der Ebene, die Halle des Wächters, an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Nehme die Quest an und darf mich nun hierhin begeben. Ich werde nun aber nicht nach Suramar fliegen, sondern nach Hatsuna und von dort aus mich zu dieser Position begeben. Da ist der Weg viel kürzer, finde ich. Was auch noch geht, ist wenn ihr in Suramar das Portal zum Anwesen der Lunastress habt, da geht es auch noch einigermaßen recht schnell. Aber dann müsst ihr immer noch nach Suramar fliegen und durch die Portale gehen und mit den Ladebier-Schirmern wird sich nicht viel Zeit ersparen lassen, denke ich. Könnt ihr ja mal versuchen, ohne es in den Kommenten schreiben, ob ihr wesentlich schneller wart. Die Flugzeit nutze ich jetzt dazu, euch darauf hinzuweisen, dass, falls euch meine Videos helfen, ihr ihnen gerne einen Daumen hoch geben dürft oder schrägstrich und mich abonnieren. Da freue ich mich immer sehr und bin dann umso mehr motiviert, weitere Videos aufzunehmen. Natürlich dürft ihr auch Kommentare hinterlassen oder Fragen stellen. Ich versuche, alles möglichst schnell zu beantworten. So, nun darf ich mich hier hinbegeben. Ich laufe einfach hier drüber, ignoriere die Mobs und hoffe, dass sie mich nicht vom Mount holen. So, da ich jetzt im Kampf war, darf ich vermutlich nochmal auf meinen Wasserschweiter aufsteigen, damit ich übers Wasser laufen darf. Ich bin jetzt auch schon ganz in der Nähe von Kalleg, beziehungsweise Kallegos. Hier gibt es natürlich mehr Wege. Und da ist auch schon. Darf nun die Quest bei Kallegos abgeben, in Suramap, an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Hoffe, ich konnte euch helfen. Ciao.